Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas extremst Interessantes. Es geht um Endcities und zwar wie kann man relativ zuverlässig berechnen, wo sich diese befinden. Man braucht dafür auch keinen Taschenrechner, das kann man ganz einfach an den Minecraft-Koordinaten ablesen. Und Endcities sind nämlich mit die einzigen Strukturen, die in einem gewissen Muster, in einem Raster generieren können. Und wenn man dieses Raster kennt, wird man es etwas einfacher haben, sie zu finden. Ist natürlich ziemlich strong, sei es für Speedruns, sei es für andere Dinge und so weiter und so fort. Falls man dringend eine Lightra braucht, wenn man irgendwo am Ende nochmal neue suchen möchte, wenn schon sämtliche Festungen geplündert sind im Umkreis. Leute, da geht was. Also heute in diesem Video ein super Pro-Tipp, wie ihr möglichst einfach an Endcities rankommt und welcher Route man am besten travelt. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch gerade ein bisschen Glück gehabt, ich zeige euch gleich mal, was abgeht. Vorher, falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, weil dann gibt es alles weitere in der Abo-Box. Und immer wenn es was Neues rund um Minecraft gibt, sei es Snapshot, Update-Tipps, Tricks, Bug, wo man Items supplizieren kann oder vieles mehr. Oder andere Projekte, auch Mods, seht ihr alle auf meinem Kanal. Deswegen hilft immer extremst. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Und sowieso an alle, falls ihr ein Like für den lieben YouTuber-Algorithmus da lassen könnt, wäre das super, super lieb. Vielen, vielen Dank, hilft extremst. Jetzt geht's los und ich zeige euch, was abgeht. Okay, also, zunächst mal, ich habe hier mir auch eine relativ gute Stelle gerade ausgesucht, beziehungsweise ich habe ein bisschen getestet und habe gemerkt, dass das hier extremst wie die Faust aufs Auge passt. Zunächst mal, ich fliege mal ein kleines bisschen hier raus und ihr könnt ja schon mal sagen, fällt euch etwas auf bei diesen End-Cities. Was ist daran besonders und was kann man daran besonders gut sehen? Übrigens, drei davon haben tatsächlich sogar ein Shift, das ist nicht schlecht. Aber, TikTok, TikTok, seid abgelaufen. Leute, sie generieren in einem Raster einen gewissen Abstand. Ihr seht, das ist mehr oder weniger ein Quadrat. Wir könnten die Linien zeichnen, nämlich hier eine Linie, hier eine Linie, da eine Linie und da eine Linie. Und ich glaube, das ist mit das perfekteste Beispiel, wie dicht End-Festungen überhaupt generieren können. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch dichter geht. Laut Code geht's, glaube ich, fast, aber da müssen wir gleich mal gucken. Pass auf, Leute, es gibt End-Cities generieren als eine der wenigen Strukturen in einem Muster, welches brechenbar ist und zwar anhand von Chunk-Koordinaten. Wenn ich jetzt F3 drücke, könnt ihr links die Chunk-Koordinaten sehen. Also erst mal die normalen Koordinaten, die seht ihr hier oben ganz normal, dann den Block, auf dem wir gerade sind. Und, übrigens, da achte ich ein wenig drauf. Ich achte mal auf die x, besonders z hier oben. Und die Chunk-Koordinaten, wobei diese ersten drei Zahlen dafür da sind, wo man sich im Chunk befindet. Also wenn ich mich hier so in die Ecke mache, da bin ich jetzt hier auf dem 16. Block, in Anführungszeichen. Dann gehe ich mal zurück, dann bin ich auf dem 0. Dann gehe ich hier hin, bin ich hier auf der 16 bei z. So um den Dreh. Okay, pass auf. Was uns aber eigentlich interessiert, sind die drei anderen Zahlen daneben. Hier, 817, 14 und 111. Das ist praktisch die Chunk-Koordinate in dieser Minecraft-Welt. Und jetzt kommt's. Wenn die Chunk-Koordinaten, also die x-Chunk-Koordinate, die 817 beispielsweise und die z, wir haben gerade 111, wenn das ein Vielfaches von 20 ist, also gehe ich jetzt einfach mal hin, ich fahre mal nach hier drüben und wir fliegen jetzt einfach mal, auf ein Vielfaches von 20 runter. Eine 100 ist mal ein Vielfaches von 20 beispielsweise. Ja. So, 100. Und die 817, da machen wir mal eine 820 draus. 820, 100. Und wo sind wir hier gerade? Über einer Endfestung. Die Endfestung können generieren mit einem Offset von vier Chunks nach rechts und nach links. Das heißt, diese Endfestung hätte auch jetzt vielleicht nicht hier generieren müssen. Ich glaube sogar, der eigentliche Generierungspunkt ist dort unten. Ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher. Ein Chunk zur Seite, zwei Chunk zur Seite, drei Chunk zur Seite und einen nach oben. Also das ist in dem Plus 4, Minus 4 bei beiden Koordinaten Offset gegeben. Wenn sich also bei einem Vielfachen oder der Chunk-Koordinate von 20, hier haben wir beispielsweise 820, 100, eine verfügbare Insel befindet, die geeignet ist, um so eine Endfestung drauf zu spawnen, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Endfestung spawnen kann. Dasselbe können wir jetzt mal checken mit den kompletten vier Beispielfestungen, die wir drüben gefunden haben. Ich kann auch mal im Spectator-Mod fliegen, da fliege ich ein kleines bisschen schneller. Hier haben wir jetzt ebenfalls wieder ein Vielfaches von 20. Wir haben 820 und 120. Das wäre hier diese Chunk-Koordinate mit einem Offset von 4, was nach hier drüben ist, ist die Festung generiert. Fliegen wir weiter einmal nach hier vorne. Das würde jetzt für jede Festung einmal gelten. Auch hier, wo haben wir es denn? 840, 120, das wäre dieser Chunk. Das ist ein bisschen weit Offset. Ich weiß noch mal nie ganz genau, wo das genau berechnet wird, aber 1, 2, 3, 4 nach vorne und 1, 2, 3 hier so irgendwie, das ist gleich ein kleines bisschen daneben. Selbiges Prinzip da drüben. Ihr könnt es nicht aussprechen, das muss ja schon nicht nur und allein, weil das hier ein Schachbrett-Muster ist, wenn das überall ein Vielfaches von 20 ist, das und das, dann muss das ja auch wiederum ein Vielfaches von 20 sein. Also 840 haben wir hier, 100 haben wir hier, das Ding ist Offset 1, 2, 3 nach da und 2 nach oben. Boom, da haben wir es. Gut, das ist im Code so drin. Es wird trotzdem noch mit einer kleinen Zufallsfunktion mitgeneriert, aber jetzt kommen wir zur eigenen Strategie. Ihr seht auch hier im Unkreis, wenn die Chunks geladen sind, natürlich sind die Festungen nicht so dicht besiedelt. Ich habe hier eine besonders gute Stelle gefunden, aber Im Klartext heißt das auch folgendes, wenn wir jetzt bei den Shunk-Koordinaten gucken und wir sind jetzt beispielsweise nicht auf einem Vielfachen von, ja, 20. Also beispielsweise, ich gehe mal hier so auf 110, ungefähr hier. Jetzt habe ich 820 und 110. Also klar, die Koordinate geht, weil in dieser Linie können Festungen generieren, in dieser Linie auch. Aber in dieser Linie, wenn ich jetzt hier geradeaus durchfliege, können keine Endcities generieren. Man wird dort also niemals welche finden. Warum ist das relevant? Weil man kann ja doch einigermaßen gut sehen nach rechts und links. Naja, geht. Ich habe die Render Distance sehr hochgestellt. Und wenn man mit der Elytra am Ende in eine Richtung fliegt, dann laden die Chunks gegebenenfalls auch ein bisschen langsamer. Das heißt im Klartext, es könnte also sein, wenn ich im Survival Board durch ungeladene Chunks fliege und die LNS generiert, dann fliege ich hier geradeaus durch und sehe gar nicht hier rechts und hier links, dass dort etwas generieren würde. Ich würde also auf dieser Koordinate ewig weit geradeaus fliegen und mich wundern, warum ich niemals Endfestungen sehe. Ganz einfach, weil wir nicht auf der richtigen Rasterlinie entlang fliegen. Wenn wir also jetzt nach folgendem Beispiel gehen, einfach mal nach hier drüben düsen und uns mal auf diese Koordinate fokussieren. Also die Chunk-Koordinate meinetwegen 860, 100. Hier könnte theoretisch eine Endfestung generieren, wenn hier eine entsprechend große Insel wäre. Ist anscheinend nicht eine Nähe, außerdem gab es da hinten schon welche. Ich habe mal auf Reddit was gesehen, hat jemand das vorgerechnet. Da lag das ungefähr bei 35% Chance, dass wenn eine geeignete Insel da ist und die Chunk-Koordinate stimmt, dass da was spawnen oder generieren kann. Das heißt, hier sind wir gerade drauf. Beispielsweise hier wäre der Chunk, aber es ist im Umkreis nichts geeignetes, wo eine Festung generieren kann. Also gibt es das nicht. Fliege ich weiter auf die nächsten nach vorne. Hier haben wir wieder eine 900. Hier würde es theoretisch gehen, dass da was kommt, aber leider ist hier nichts drauf generell. Fliegen wir weiter. Also, wenn ich jetzt laut der Theorie immer geradeaus fliege, müsste ich relativ direkt auf eine Endfestung drauf zufliegen. Ich müsste nicht weit nach rechts und links gucken, sondern wenn ich jetzt in diesem Chunk-Bereich bleibe, übrigens diese Chunk hier sind nicht generell. Ich fliege hier gerade zum ersten Mal lang und ihr seht, fliegt hier mit Elytra entlang. Dann seht ihr, wie langsam hier die Chunks generieren würden. Zack, wir sind mehr oder weniger frontal auf eine Endcity draufgeknallt. Hier oben ist auch schon wieder ein Schiff. Und das ist dieses Mal genau auf der Chunk-Koordinate bei... Ja, okay, nicht ganz, doch, doch, nee, nee, hier wäre es tatsächlich 960, hier wäre das Ding. Eins, zwei, ja, zwei bis drei Chunks Offset. Und hier ist vernachlässigbar. Hier ist das Ding. Und das kann ich jetzt weitermachen. Wenn wir also immer nur in geraden... Also generell kann man es sich sowieso noch einfacher machen, wenn man auch die ganzen Chunk-Koordinaten gar nicht mitzählen möchte. Leute, parkt euch einfach auf eine Endfestung, die ihr schon habt und fliegt immer in geraden Linien in eine Richtung, weil in dem Moment, wo ihr auf einer Endfestung seid, habt ihr ja sozusagen schon die entsprechende... das entsprechende Chunk-Raster gefunden, weil die Endfestungen da drauf generieren, logischerweise, ne? Das heißt, ich könnte jetzt immer geradewegs von einer Endfest in jede Himmelsrichtung fliegen und ich würde auf Kollisionskurs sein mit möglichen anderen Endcd's, sofern dafür es etwas gibt. Ich möchte das noch einmal testen, auch gerne ohne Cut, damit es halt bewiesen ist, hier die Chunks generieren gerade ganz frisch. Ich habe das auch schon getestet, ganz am Anfang in eine andere Richtung geflogen. Aber Leute, es funktioniert einfach einwandfrei. Falls ihr also Ewigkeiten durchs Endgeirrt seid und bisher nichts gefunden habt, generell so technisch... Oh, da haben wir schon wieder eine. Können wir kurz wieder ausrechnen an die Chunk-Koordinate. Wir sind hier auf... Hier wäre der eigentliche Punkt. Eins, zwei, drei, vier zur Seite. Eins, zwei, drei, vier zur Seite. Na gut, das ist ein bisschen Arc-Offset. Es sollte eigentlich nur bis zu vier sein, laut Code sozusagen. Aber hier hätten wir die nächste. Also vier Chunks hat man in der Regel nach rechts und links immer Blickreichweite. Das heißt, wenn man auf einer Endfestung ist, die kann natürlich übelst Offset sein. Wenn man da fliegt, ist es noch mal ein bisschen unwahrscheinlicher, als wenn man wirklich auf die Chunks achtet. Also es kann natürlich auch sein, dass das Ding nicht genau in der Mitte ist, sondern wahnsinnig Offset ist. Wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, dann kann es schon sein, dass man eine Endfestung, die in die andere Richtung aufset ist, nicht mehr findet. Deswegen vielleicht... Also das Daumenregel ist, wenn wir geradeaus fliegen. Besserregel ist, die Chunk-Koordinaten checken. Und da habe ich einfach knallhart schon wieder eine gefunden. Gut, das ist jetzt eine kleine. Die Größe ist davon übrigens unbeeindruckt. Das wird daran nicht bestimmt. Dann hätten wir jetzt vielleicht als nächstes hier gleich wieder eine Option. Hier ist aber nichts, kein Platz. Dann geht es weiter. Ey, das ist ein übelst guter Trick. Ich habe auch in sämtlichen Projekten immer irgendwie absolut gar keine Lust, Endcities zu suchen. Aber ab jetzt, Endcity Mania. Wir farmen uns übelst die Lightrace. Und zwar, weil wir ungefähr grob einschätzen können, wo was generiert und was nicht. Übrigens, dasselbe auf dem Rückweg. Mal angenommen, man fliegt in eine Richtung nur geradeaus. Wenn man umdrehen möchte, dann gehen wir einfach jetzt nicht auf die Koordinate 100 beispielsweise. Sondern wir gehen auf die Chunk-Koordinate 80. Also hier. Und, oh, was haben wir denn hier? Chunk-Koordinate 685, 84, 83, 82, 81, 80 wäre hier. Ist ein bisschen Arc-Offset gerade. Bisschen Arc, Arc, Arc-Offset. Also 160 wäre hier unten. Das wurde natürlich gerade ein bisschen. Also bisher hat immer alles ganz gut gepasst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wo immer der Punkt ist. Also, ich weiß nicht, was der zentrale Punkt ist. Ob das hier unten gemessen wird. Oder, pass auf, jetzt kommt der Knaller. Was ist denn, wenn per Offset gemeint ist, pass auf, geht das Ding auch hier in der XY? Oh, ja. Schaut mal, Leute. Seht ihr das Koordinatensystem hier? Das hier ist die Ecke. Ich bin auch hier 4 Chunks Offset vom eigentlichen Bereich. Aber die Struktur, die generiert nicht unten von dem Punkt, wie man denkt. Sondern einfach, wie man sich bedenkt, wenn ihr das in einem großen Kasten reinbastelt, ne? Dann haben wir hier das Koordinatensystem. Und ich bin genau 4 Off, 4 Off in die Richtung. Und hier ist praktisch dieser große Würfel. Wenn man es im Structure Block reinladen würde, dann müsste man den Structure Block hier unten platzieren, damit das Ding kommt oder hier irgendwo. Ja, das ragt noch in den Chunk hier mit rein. Und das ist jetzt 4 Blöcke Offset. Also auf 84 und auf 63. Puh. Und hinten sehen wir übrigens noch eine. Und Zufall, diese hier, die da hinten, die Festung, ist jetzt schon wieder auf gerader Linie mit hier. Chunk 1160, 82. Wenn ich geradeaus durchfliege, ist diese Endcity wieder mit drauf. Okay. Ich denke mal, das hat es hoffentlich einigermaßen eindeutig erklärt. Ab sofort wisst ihr auch, wie man möglichst einfach und effizient vor allem nach Endfestungen sucht. Was ihr nicht machen solltet beim Endfestung suchen, diagonal fliegen, denkt man sich manchmal, okay, andere Spiele sind da nicht lang geflogen, weil, ja, weil die geradeaus einfach ist. Das stimmt auch. Am besten immer wirklich nur in geraden Linien. Und dann hat man eine viel höhere Trefferquote. Und das ist echt zuverlässig. Was ich eigentlich meinte, genau, man fliegt einmal zur Seite und fliegt dann einfach wieder dieselbe Strecke zurück. Man kann ja das so machen, falls man Glück hatte und dann rechts und links doch weit gucken konnte, dass man nicht 20 Chunks zur Seite geht, sondern 40 Chunks und im 40 Chunks Abstand wieder zurückfliegt, weil dann deckt man nämlich noch das auf, was man so vorher nicht gesehen hat, aber nimmt trotzdem den effektivsten Weg, die Festung abzugrasen. Ich hoffe mal, das ist ein super Tipp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es wieder so etwas Interessantes gibt, gibt es das auf meinem Kanal. Lasst Feedback in den Kommentaren da. Ich hoffe mal, das hilft. Interessiert mich jetzt, weil ich spiele seit Ewigkeiten Minecraft und habe das bisher noch nie gewusst und habe es per Zufall gesehen, als ich ein bisschen, ja, Recherche betrieben habe, auch für mein neues Buch. Leute, krass. Bis demnächst, das Krachen. Ciao, ciao.